Der Grausamste, Brutalste, Erdrückendste Abstieg in die Hölle, den die Leinwand je gesehen hat. Der größte Kulturschocker aller Zeiten, der die ruhigen 70er Jahre in Unruhe versetzen wird. Gegen diesen Film wirkt der Exorzist wie ein Kinderfilm. Mann, vorsichtig, die Fahre schießen! Mal wieder, Michelin! George R. Romeros Zombie. Der Film, für den Zeitungen und das Fernsehen in Amerika nicht werben dürfen. Zombie, es gibt keinen härteren Film. Untertitelung des ZDF für funk, 2017